Es ist ein Wissen von Wissen, eine Begegnung mit der Vorgangenheit, entwickelt von vicarischem Wissen. Es ist ein Fresh Manticood. Und mit diesen Worten begrüße ich euch herzlich zu meinem neuen Let's Plays bei... Mit diesen Worten begrüße ich euch zu meinem neuesten Let's Play, Best Bandicoat Saddle Trilogation. Saddle Trilogation. Und wir fangen an. Weil es am Anfang ein bisschen ungespart hat, tut mir nicht. So. Es ist Fresh Manticood. Und ja, ihr seht es vielleicht schon ein bisschen... Ich hatte mal angefangen. Und ich will nur sagen, wir spielen alle drei durch. Also ich probiere es. Ich probiere alle drei durchzuspielen. Ich weiss, eins ist schwer. Habe ich auch gehört in der letzten Passage. Und das ist eigentlich wie gesagt eine Trilogie. Also würde ich alles in einer Trilogie durchspielen, also eine Playlist machen. Und wir fangen neu an. Leute geht's. Ich weiss. Und ihr werdet vermutlich mega was zu lachen haben und ich würde mich vermutlich eventuell nicht gerade gescheit anstellen. Ja. 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 Diebits. Da ist dieавoren. Ich bin. Ups! Ganz kurz. Iglesias. Iglesias! Es ist nichts passiert. ..und. Uh-oh! Und jetzt geht's los. Ich muss alle drei Sammelobjekte, also diese Kau-Masken sammeln. Also nicht gewundert, wenn ich ein paar Mal drauf gehe. Ich hab eine Trophäe erhalten. Juhu. Also mit X und 4E kann man sofort eigentlich den... Ups. Wop, wop, wop. Wop, wop. Wuuu! Uhhh Uhhh Mmm Mmm Es gibt ein paar Box Und man doch auch kann. Ja, das kommt ja eh irgendwann auch auf die Switch. Yeah, Checkpoint! Und Tschüss! So, hier muss man noch auf die andere Seite. Okay. Das heißt, wir machen hier zurück. Und nein, mache nicht das Zeitspiel noch, wenn ihr jetzt so fragen wollt. Weil ich ähm... Wo hab ich mich gehabt. Und tschüss. Okay. Vielen Dank! Das soll der Scheiß! Das war jetzt mein Fehler! Nein! Ich Idiot! Jetzt bin ich selber schuld. Und... Ich hab jetzt den Pferder gemacht. Ja, machen wir es nochmal. Das war jetzt mal. Das war jetzt mal. Das war jetzt mal. Das war jetzt mal. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Ja. Scheiße! Das war's. Ja, was soll's! Wir wollen das hier nicht zu lange raus... Wir wollen hier, dass wir nicht zu lange raustreiben. Ja. Schon krass acht Minuten für einen Level. Kein Wetter und ich bin ein paar Mal schon draufgegangen. Das ist das Erste. Oh nein. Ja, es gibt auch noch ein paar Bonusnäbel, die man machen kann. In diesem Fall. Ah ja, hier. Hier kann man gar ein paar Passagen über... ... 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